Brauch' ich noch irgendwas anderes? Nee, ich soll nicht zurück, oder? Ernsthaft? Nee, das hat nichts gebraucht. Hä? Ja, du hast die Säure und sowas schon voll bezahlen lassen. Ja, ich merk's. Ich versteh nicht, wie das hier funktioniert. Und ich kann die Kamera nicht drehen. Ja, klar. Fangen wir da ganz von vorne an. Hm, das war's nicht so wirklich wert. Aber okay. Ach komm. Da war doch grad irgendwas, weil ich kann's... Ich komm ja nicht dran, ne? Nein, ist sie nicht. Ist das dein einziger Tipp? Ja, das war's nicht. Was bringt mir das? Was bringt mir da darin gar nichts? Ich versteh nicht, was wir da machen. Was bringt mir das bringt. Warte mal. Ja, das Ding funktioniert natürlich. Hä? Was ist auf der anderen Seite? Krieg ich hier wenigstens ein Hauer ab? Was ist auf der anderen Seite? Ja, hallo? Äh, hä. Äh, hä. Vorsicht. Was ist auf der andere Seite? Boah, hängt auch nicht fest. Alter. Ach, wenn nicht so was passiert wie in Folge 10. Ist alles gut. Ach, das ist gut. Ach, das ist gut. Ach, das ist gut. Ach, das ist gut. What the fuck? Niemand mag ihn. Warum ist der so allgegenwärtig? Ach, das ist gut. 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 gut. Ach, das ist 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 gut. Wir müssen wissen, was sie aufhört. Insofern müssen wir in die Cargol-Age und die Kappen hervorrufen. Das ist ein Herausforderung für einen wertvollen Träscherhundern wie dich selbst, nicht wahr? Wir haben nur 30 Minuten, um diese Mission auszuprobieren. Und wir werden nur einen Versuch bekommen, also nicht zufällig. Da hat sich ein Nachname, offenbar. Oh, hi! Oh, hi! Oh, super! Ich bin nicht schön! Ich bin nicht so rit tão entgegen, h겠� Sincecticamente derna Enfin. Das war's für heute. Nice. So. Böber. Hä? Sieht das so aus, als wäre ich wieder am Anfang? Okay, das Ding ist nicht am Anfang. Ich glaube, ich bin hier richtig. Aua. Ich glaube, ich bin hier.